Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In den 70er, 80er Jahren hatten alle Angst vor Borse, vor Kitsch. I think you could line up three sculptors by Thomas and would be hard pressed to guess that they were made by the same person. So, jetzt kommt der in den Ofen, der nach einer halben Stunde ist er fertig.